Herzlich Willkommen bei BFC TV. Eine weitere Ehrung steht an. Der Sonderzug Pankow war wieder so großzügig und zeichnet auch den Nächsten aus dem Team, hinter dem Team aus. In unserem Fall, unserem Zeugwart Frank Rannicke. Unzählige Trikots, Stutzen, Hosen müssen nach jedem Spieltag gewaschen werden. Fränki, wie viel schätzt du, hast du in diesem Jahr an Maschinen schon unzählbar. 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 Gibt es Flecken, die du nicht gelöst bekommst? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Das sind die besten Stichworte. Ein vielleicht auch nicht unlösbares Dankeschön an unseren Fränki. 1.000 Teile mit eines seiner schönsten Bilder, was wir gefunden haben. Lieber Fränki, im Namen des Sonderzug Pankow und vom BFC TV, ein Dankeschön an das Team, hinter dem Team. Recht schönen Dank. Ach, da ist ja noch Mario noch drauf, oder? Aber die Hauptfigur bist du. Ja, ja, in der Wege. Ja, 1.000 Teile. Kannst du vielleicht noch den Rest der Sommerfrau nutzen? Sehr schön. Da folgt mich sehr drauf. Super. Also, bis dahin. Bis dahin und zurück in die Abgeschlossene Funk.